Musik Ich habe sehr häufig geistliche Bilder, Eindrücke, Visionen. Und kürzlich, mitten in der Nacht, hatte ich ein interessantes Bild, was ich dir weitergeben möchte, was die Wirksamkeit des Wortes Gottes, die Power des Wortes Gottes illustriert. Ich schwebte so durch die Luft über eine Landschaft und dann kam ich über ein großes Heerlager. Also so sah irgendwie ein bisschen mittelalterlich aus. Also Zelte und dann waren Waffen aneinander gestellt und Lagerfeuer, Pferde, die da angeschirrt waren und so weiter. Und Soldaten, die da saßen und gesprochen hatten. Und es war eine recht gute Atmosphäre. Und dann kam ich weiter über dieses große Lager und dann war da ein großes Zelt, wo die Kommandanten sich beraten haben. Und ich wusste, die sprechen darüber, was ist für den Feind, dem wir hier gegenüberstehen, jetzt die beste Waffe. Was ist die Waffe, die wir jetzt gegen ihn anwenden müssen? Und ich wusste, hier ging es darum, um das Wort Gottes. Welche Waffe, welches Wort ist in der spezifischen Situation mit dem Feind, dem wir hier gegenüberstehen, jetzt anzuwenden? Ich bewegte mich weiter und kam über die Landschaft, Wiesen, Wälder, über ein Bächlein und so weiter. Alles wunderbar. Und nach einiger Zeit sehe ich vor mir ein sonderbares, monströses Gebilde. Das sah aus wie aus einem Science-Fiction-Film. So ein Hightech-Teil, schwarz glänzend. Völlig glatt und so richtig Hightech-mäßig. Riesig, ja, es war eine gewaltige schwarze Festung, die absolut deplatziert in dieser friedlichen Landschaft da wirkte. Man sah nichts, es war nach außen völlig abgeschottet. Und ich wunderte mich schon, aber die war monströs dort in der Landschaft und sehr bedrohlich. Dann sah ich, wie ein einzelner Kämpfer kam. Ein ganz normaler Soldat, der hatte nichts weiter außer einem Schwert. Und der ging vollkommen, ich würde fast sagen relaxed, auf dieses Element zu. Ganz gleichmäßig, also der schlich sich nicht an oder kam auch nicht mit Kampfgeschrei da angeflitzt oder sowas, sondern der ging einfach ganz selbstverständlich dorthin. Und kurz bevor er an diesem Gebilde war, was riesig über ihm aufragte, dieses schwarze Monstrum, da zog er sein Schwert und mit dem Schwert bewegte er ganz langsam sich auf dieses Gebilde zu. Und in dem gleichen Sekundenbruchteil, in dem die äußerste Spitze des Schwertes dieses Gebilde erreichte, machte es zisch und das ganze monströse Ding war verschwunden. Es hatte sich völlig in nichts aufgelöst. Darunter war grüne Wiese. Das Wort Gottes, und die Bibel sagt uns, dass es mit dem Schwert verglichen wird, ist so gewaltig, dass keinerlei Machenschaften des Feindes, keine Gedankenfestungen, keine Bollwerke, auch nur im Entferntesten dagegen bestehen können. Wir müssen uns bewusst sein, welche Power, welche Macht, welche Kraft das Wort Gottes hat. Und wenn wir es in unserem Mund gebrauchen, kann jede feindliche Struktur, jedes Bollwerk eingerissen werden. Es ist gut, wenn wir ein Verständnis dafür bekommen, wie mächtig das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes in unserem Mund ist genauso mächtig, wie das Wort Gottes in Jesu Mund war. Und wir müssen es einsetzen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Und dazu möchte dich Gott gebrauchen. Du kannst solch ein Soldat sein, der mit so einem Schwert Gottes vorwärts geht und die Finsternis das Fürchten lehrt. Jesus hat durch das Wort, durch die richtigen Worte, beispielsweise den Feind bei seiner Versuchung in die Flucht gejagt. Der Feind musste weichen, weil Jesus mit dem Wort geantwortet hat. Lass dir von Gott ein Bewusstsein dafür schenken, wie mächtig sein Wort ist. Lass dir Rema-Worte in der Bibel durch die Beschäftigung damit von Gott zeigen, die dir jetzt einfach eine Offenbarung davon geben, wie du das Wort gebrauchen kannst in deinem Mund, um gegen die Finsternis vorzugehen. Ich glaube, dass der Herr wirklich viel, viel mehr für dich hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017